Hallo, heute werde ich den Bernhard wieder mal die Haare schneiden, denn sie sind schon wieder sehr schnell gewachsen. Und hier zum Vergleich habe ich mal die Gertrud daneben gesetzt, das Rex-Mädchen. So kurz wird es natürlich nicht werden, weil ich ja immer über den Fingern die Haare abschneide. Ich schneide also mit der Schere und alles was über den Fingern drüber wegsteht, das kann ich wegschneiden, um das Tier einfach nicht zu verletzen. So sieht das dann aus, wenn der Bernhard fertig ist. Ich habe diesmal mir einen Spaß gemacht, eine kleine Mähne, eine Löwenmähne ihm stehen gelassen, dass man auch sieht, dass es ein Langkarmäerschweinchen ist. Da sieht man das abgeschnittene Fell. Es sieht ein bisschen recht verschnitten heute aus, es durfte ja immer nicht so lange dauern und er hat heute auch rumgezappelt, er hat heute nicht sehr gut mitgespielt. Obwohl es nicht das erste Mal war. Hier zum Vergleich nochmal die Gertrud. Ich hoffe, er ist mir dankbar dafür, weil es ist ja auch Sommer und ich glaube nicht, dass es so angenehm ist mit so einem langen Fell. Und außerdem untenrum ist das Fell ja auch länger gewesen am Bauch und es ist dann immer nass und riecht dann auch. Also ich hoffe, er ist mir nicht so böse darüber, dass ich immer wieder ihm die Haare abschneide. Das soll es für heute gewesen sein. Bis dahin sage ich euch Tschüss.